Nun, Captain, wo wollt ihr jetzt hin, nachdem ihr Sir Dennis erledigt habt? Ich bin immer noch hinter seinem Schatz her. Ich weiß, wo er sein müsste. Und ich werde ihn kriegen. Aber Captain, Sir Dennis ist ein Mythos. Sie haben ihn zwar erschlagen, aber wie könnte es sich sicher sein, dass er tot ist und nicht zurück zu seinem Schatz gekehrt ist? Sagen wir so, das ist nur eine Frage, der Druckmittel. Kein Druckmittel. Hey, hey! Hey! Hey, hey! So, zieht mal einer an, wen wir hier haben. Captain Jack Sparrow. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir in einen Schwerdkampf verwickelt und ihr habt mich erstochen. Ganz sicher nicht. Seltsam. Mein Freund scheint ziemlich, dass es heute, der Zweifel zu sein. Es scheint, als hätte er den Glauben verloren, dass mein zänkischer Pirat mich, Sir Dennis, besiegen könnte. Und so wird Verzweiflung zu verraten. Nichtsdestotrotz, ich bin nur gekommen, um euch zu warnen. Vor eurem neuen Kumpel, der sich als eine Person ausgibt, die er nicht ist. Was heißt das? Sir, dieser Affe beherrscht die Kunst der Täuschung in Vollendung. Ich weiß das, denn ich habe ihn unwissentlich auf seinen sündigen Weg geführt. Hey! Darum geht es nicht. Eure Worte verhüllen euch wie Nebel. Ihr wisst genauso gut wie ich, dass ihr nur auf meinen Schatz ausseit, den ich nach meinem Tode leider nicht finden kann. Ihr werdet mich zu ihm führen. Und was ist mit euch? Dem mächtigen Sir Dennis? Enthauptet so, sagt man. Und trotzdem schwamm euer Körper dreimal um euer Schiff und klettert er zurück an Deck. Ersttochen von mir, wie ihr sicherlich noch wisst. Hey! Und trotzdem, es steht ihr nun hier vor mir. Aber trotz alledem, na schön. Ich werde euch zu eurem Schatz führen. So. So. Das war's dann. Letztes War. War's das? Das wär was, was? Jack. Ich glaub, ihr wisst den Weg gar nicht zum Schatz. Man sagt ja, der Weg ist das eigentliche Ziel, ei? Das ist er. Das ist mein Schatz. Ich habe ihn von 69 Jahren hier vergraben. Sir Dennis, ihr habt eins vergessen. Dann, als Piratenlord der Karibik erkläre ich euch zu meinem Gefangenen. Meine Zeit ist vorbei. Ihr wagt es, euch diesem Schwert entgegenzustellen? Ei, so weit vom Reich der Toten entfernt. Natürlich. Fettet sie! Ihr habt keine Chance gegen mich. Ihr seid ein schlechter Verlierer. Sir Dennis. Und ich. Hey, das muss der Fall zu hauropfen. Das Schicksal ist sein, wenn ich in der Welt nicht höre. Aber die ist in dem letzten Kampf. Das war das mit dem Schwert. Und das Schicksal hätte ich doch ein bisschen mehr erinnert. AHHHHH! Erspart mir dieses Grinsen. In euer Ungesicht. Was ich euch nun entreißen werde. Schaut kurz nach hinten. Sir Dennis. Sir Dennis. Ihr seid eine Nacht. Ihr sucht nach eurem eigenen Schatz, um reich zu werden. Aber reich. Macht einen nur der Glaube. Der Glaube. Der Glaube. Der Glaube hilft einem, nicht zu sehen. Der Glaube lässt einen nur erblinden. Der Sperl. Welch toll für Zwerg. Für die Pearl! Aber ich bin nicht zu töricht, es mit Sir Dennis aufzunehmen, ohne mir einen kleinen giftigen Vorteil zu verschaffen. Und für die vielen verwundeten Seemänner nehme ich mir dieses Schwert. Ei! Oh, Tobi, alte verschaffene Schildkröte. Hier bist du! Ich hoffe, wir gehen mit Gewinn aus unserem gemeinsamen Abenteuer. Na, das will ich doch mal schwer meinen. Nun, Käpt'n, was machen wir mit solch wunderbaren Reichtümern? Ich schätze mal, ich werde den Schatz vorerst einmal in Sicherheit bringen, wenn ihr versteht, was ich meine. Nun, ihr bleibt nicht an Land? Ihr seid verrückt geworden? Ich bin ein Pirat. Und die Schatzsuche geht ständig weiter. Ja, so weit. Ei! Nun, ich werde den Schatz dann mal in Sicherheit bringen. Kommt ihr mit? Nun, Käpt'n, ich habe einen Auftrag an Land. Ein Land? Ich fürchte, ich kann euch nicht begleiten auf dieser Reise. Ich habe ein Mädchen auf dem Land. Oh, als habt ihr doch ein Mädchen gefunden. Was für ein Wunder. Ich denke, das wird dich in die Freiheit für einen Freund. Nein? Aber Käpt'n, wie soll ich meine Frau finden? Jetzt hau den Kompass. Johannes? Hallo! Hallo! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020